Hey zusammen, ich bin hier mit meinem BJJ-Coach Daniel Big Dog Randerley, 30-degree black belt unter Karlsruhe Gracie. Der Junge weiß was er macht und er wird uns heute eine kleine Technik zeigen. Let's go! Alright guys, so I'm gonna start from here, when I get somebody's back and standing, right? I'm gonna throw a knee here that we call a grip knee and later I'm just gonna throw my leg in between his legs and then I change my level. I let this go here, right? And now my hips go all the way up. Like, catching the leg up off the knee, make him sweep, and a flat angle, and then go to the heel hook. Alright, one more time, one more time. Got here, good base, right knee, knee, make sure you bend his leg, you know? It's way better to get that grip right here. When I get the heel hook, I want to turn outside now. Easy, nice and easy. Oh, damn. Alles klar. Eine heel-hook-variation aus dem Stehen. Ich hab gleich noch mal in Deutsch. Also wir haben hier die Backposition, in einem Hebe Marker auf ganz Anfang hier, Knie, was weiß ich, alles Mögliche zu schlagen. Als nächstes kommst du mit dem hinteren Fuß, also hier, der hintere, kommt durch, und ich komm runter auf den Boden, direkt neben seinen Beinen. Dann komm ich hier möglichst weit hoch, über sein Knie. Und wichtig ist, dass ich nicht hier versuche, an gestreckten Beinen das Ding zu machen, sondern dass ich reinrutsche und hier sein Knie beuge. Als nächstes komm ich hier mit meinem Unterarm, unter sein, deine Ferse, oder ich kann auch mit meiner Hand seine Ferse greifen. Und dann geht meine Bewegung in die Richtung. Und wir bringen Rotation auf sein Knie. Noch einmal ein bisschen schneller, noch einmal ein bisschen schneller. Um, naht, 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 naht und nach. Ab, hoch, 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 hoch. Beuge das Knie, den Griff her neben, die in die Richtung herkriegen. Alles klar, viel Spaß beim Ausprobieren, und seid vorsichtig. Lieber früh klopfen bei dem Ding, weil sonst sind die Kreuzbänder durch Und ihr macht erstmal halbes Jahr-durch-Jahr-Pause Also, haut rein Thank you Obrigado, Senor Obrigado